weiteres okay dann müssen wir gucken was wir noch machen ja ist etwas zu früh gezündet haben wir klar dass jetzt irgendwie eine kiste oder so was kommen muss ich gleich weg gefahren wenn ich hier mal was nach vorne schießen will muss man nicht noch in die karre fahren dass man das abkriegt ich war dritter zwei mann vor mir ich wollte immer nach vorne schießen wenn es kommt bei einer noch vor die nase kriegt sie dann noch ab wo kommen die denn hier alter sie kommen alle auf einmal ja ich bin auch nur neun zeit ich war direkt hinter ihm waren auf einmal 123 kommt von oben runter geplumpst naja die kamen alle an der form wir sind alle an mir vorbei gerade in einander weg jetzt bin ich wieder ab sagt warum ich jetzt runter gefangen also weil da die baustelle ist vergänzt ich bin trotzdem war noch noch das was uns beim ersten mal so also ich bin dritter gewesen ich bin dritter gewesen und jetzt bis siebter auf einmal achte was ist sie los ja wo kommen die alle her man man was du das baby möglich auch man Nein! Ah! Ich komme hier hinten nicht wie so einen scheiß 7.8. Platz weg. Weil er überholt, wie gesagt, bis dritter und im gleichen Moment bis dann wieder 8er, 9er. Weil alle gleichzeitig vorbei wollen. Ich gebe mal ein bisschen Musik auf die Ohren hier. Ja, dann hat er sich noch einer von. So einer. Wir hatten da gerade die Steine gelegt. Keine Ahnung. Nein, ich habe es jetzt mit Glück. Hast du dich abgekriegt? Ich konnte noch vorbeifahren. Die Musik war es doch schon wieder, du oder Kev gibt es zu. Die Musik war von mir, ja. Ich muss Yvonne noch einholen. Ich habe bloß Yvonne geführt. Hör auf zu strengeln, Mann. Stimmt auch gar nicht. Ich bin zum Zweiten. Das hat mich überholt. Ob ich das hasse, wenn die in der Luft mehrmals versuchen, sich mit dem Seitendings an der Fall, wollte ich da vor der Strecke zu schießen, jetzt hofft damit. Fünfter, sechster, ich war dritter, Mann. Ja, schießt, dann müssen alle noch an mir vorbei, ist ja kein Problem. Ich bin es ja gewohnt mittlerweile. Oh, 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 das war knapp, aber ich bin an den Dingern vorbeigeworben. Sehr doll. Mich hat auch erwischt, und damit bin ich wahrscheinlich wieder. Obwohl, ich hasse das Ding teilweise. Ach da. Ach da, ey! Aber weil's sich jedes Mal dir auf den Socken geben, so weit einer vorbei kommt, ziehn dann noch drei hinterher die kann man von oben runter ich weiß nicht nur die abkürzung war die die nur genommen haben ich habe keine ahnung das ist es ging mir so auf die ganze zeit wirst du noch überholt ich war dritter und gleich noch mal guck so wochen wir schon der achter keine ahnung wo alle her waren ich habe keine chance mitzukommen die hat hier ich war hinter euch beide dann alle hintereinander weg noch sind sonst noch vorbei und hier selber die ganze zeit im flug mit dreimal hintereinander versucht sein seiten flippen dazu machen mich da weg zu schießen doch okay so rock'n'roll ein bisschen lock'n'roll hast du mal rakita gekriegt oder was was ist das ein kurzes zu einer flip alter der schweine das war die 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 Ich habe keine Wahl. Ah, Chains, geh weg. Hat mir einer die Bombe geklaut, ey. Das war nur ich. Ey, seid doch richtig, nur Geist. Oh, Alter. Revanche. Revanche. Ob ich das hasse, wenn ihnen noch einer vorbeigeflötet kommt hier noch. Hau mal ab da jetzt. Mannsack. war mir so klar es war nur so klar dass der typ mich dann in der letzten kurve doch noch kassiert hat das ding geworden habe ich wirklich nicht wieder das kann der nämlich gut immer in der letzten kurve noch überholen mann ach ohne deine blöde kiste richtig auch gab die war aber auch über die blarei gelegt ich wüsste ganz was wir wissen ach man wieso gewinnt diese scheiß rennen ich das muss ich eigentlich gewinnen was ich noch in der letzten kurve da fliegt er noch außen vorbei aber jedes mal ist es nur immer der gleiche so Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Natürlich. Das war's für heute. 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 Tag. Ich war weit genug... Mann! Ich war weit genug weg! Ich hasse das Vieh mittlerweile. Es geht mir so auf den Sack... Ja, dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Meine Fresse, ey. Alter, Kev. So, dann haben wir da vorne. Baby, bist du das vor mir? Nee. Tales, okay. Die krieg ich sowieso nicht mehr. Ja. Wo das überhaupt fehlt? Wo das ist das? Jetzt hält's. Ey, die Bombe war doch hinter mir. Was ist das für ein Scheißdreck? Ja. So gibt's mir auch. Wie gesagt, ich bin komplett auf der anderen Seite von der Strecke und kriegst du trotzdem noch mit der Ape. Warum auch immer. Ja, ja. Ja, das ist ja, wie gesagt. Ja, aber wir die Bombe reinballern. die links reinballern die kiste reinballern ich fahr vorbei und werf sie nach vorne erwischen diese kisten alter geht es noch nicht sehr gut ja und dann kommen die steine noch meine fresse habt ihr irgendwie alle unfassbar davon um die steile rum die schmeißen noch irgendwelche scheiße alter total unnötig so fast behindertes alter ich bin auch zweimal die steine rein dachte mir jetzt immer wird es noch überholt am ende meine fresse alter in die ki ist so nämlich das unfassbar ja manchmal die steine und die schmeißen noch bomben und so ein scheiß was bringt denn was ja gut wenn sie habe ich die steine weg zu sprengen oder was auch immer keine ahnung ich kenne das aber selber wie gesagt die kleinen einnahmen hinter dir ein das war sehr gut dass ich sogar gewonnen hat zumindest noch dritter ja gut weiter hier jetzt weiter nicht drei stunden hier wartet wird schon wir kein schwein haben tates gewinnt das ding sogar na gut wie gesagt wenn am anfang natürlich die ganze zeit in die bau immer noch in der letzten kurve an dem fisch überholt wird die ganze zeit kai gebügelt so